Herr Trainerkarussell dreht sich weiter. Lass uns noch über eine Personalie sprechen. Marco Rose, Domenico Tedesco, RB Leipzig. Auf und ab. Marco gerade auf der Comeback-Tour. Gegen Dortmund hat es gut geklappt, gegen Gladbach jetzt überhaupt nicht. Wie siehst du da die Entscheidung von RB Leipzig? Heute ja auch gerade eben noch vor der Show bekannt geworden. Das alte Gladbacher Du ist jetzt wieder vereint mit Eberl und Rose in Leipzig. Siehst du es als die richtige Entscheidung? Ja, ich glaube jetzt in der Kombination gerade mit Rose und Eberl hat Minzlaff schon eine sehr, sehr gute Wahl getroffen. Und ich glaube, das ist sehr erfolgsversprechend. War jetzt natürlich ein harter Einstand, den er da hatte, zwischendurch dann noch in der Champions League. Er war jetzt auch nicht unbedingt ein leichter Gegner. Ich glaube, das tut jetzt Oliver Minzlaff auch mal sehr gut, wieder ein bisschen in die zweite Reihe zu treten und mit Max Eberl wirklich einen sehr, sehr starken Kommunikator zu haben. Und ich glaube, dass es dem Verein auch sehr gut tun wird, die ja immer noch sehr mit ihrem Image zu kämpfen haben als Retorten-Club, dass sie einen von so einem Traditionsverein wie den Fohlen bekommen haben mit Max Eberl. Und der hat, glaube ich, auch das Potenzial, diesem Verein wirklich ein Gesicht zu verleihen. Und anscheinend soll ja auch das Verhältnis zwischen Eberl und Rose sehr gut sein. Er soll sich oft irgendwie bei ihm jetzt in seiner Pause gemeldet haben. War ja ein offenes Geheimnis irgendwie, dass es wieder so ein bisschen zusammenfindet da. Ja, ich glaube, dass es auch ganz entscheidend ist mittlerweile im Verein, dass Sportdirektor und Trainer wirklich gut miteinander können. Also in Köln hatten wir den Fall am Ende mit Schmadtke und Stöger. Da hat es überhaupt nicht mehr gepasst. Das hat den Verein sehr in Absturz getrieben. In Wolfsburg, glaube ich, ist das ein Dauerthema jetzt mit Schmadtke, dass das auch sehr schwierig ist, da einen Trainer zu finden, wo die Zusammenarbeit passt. Modest ist auch kein guter Freund von ihm. Modest und Schmadtke auch nicht. Gute Freunde. Gute Freunde. Genau, genau. Ich glaube, so zwischenmenschliche Beziehungen darf man nicht unterschätzen im Fußballverein. Und ich glaube, da ist jetzt mit Rose und Eberl eine ganz gute Wahl getroffen. Kurz schnelle Frage an euch alle. Entlastung von Tedesco bei Leipzig. Richtige Entscheidung? Ja, nein? Schwer zu sagen. Also wenn du den DFB-Pokal gewinnst und ich weiß nicht, wie viele Tage später waren es, 150 oder so oder 200, keine Ahnung, dann ist es schon schwierig, wenn du der erste Trainer des Vereins auch bist, der einen Titel gewinnt. Und dann hast du deine erste richtige Schwächephase und dann geht es dann doch so schnell, dass du den Job los bist. Und ich finde das immer schwer, man macht es immer schnell am Trainer fest. Der Trainer ist halt immer verantwortlich für die Mannschaft, für die Leistung, die auf dem Platz dann auch abgeliefert wird. Aber ehrlich gesagt, es hat dann scheinbar fußballerisch nicht funktioniert. Wir sehen aber gerade die Probleme, außer im Spiel gegen Borussia Dortmund, gehen bei RB Leipzig ja weiter. Die sind dann nicht weg, nur weil der Trainer jetzt plötzlich ein anderer ist, sondern die scheinen da schon irgendwie tiefgründiger zu sein. Deswegen bin ich da ein bisschen zwiegespalten, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass die Trainerentlassung zu dem Zeitpunkt vielleicht schon das absolute Muss war, wie man jetzt sieht. Felix? Oder sagst du erst Jana? Nee, erst Felix. Dankeschön. Sie hat sich so gemeldet, weißt du. Ja, richtig oder falsch, das kann man dann immer erst wirklich danach oder nach längerer Zeit beurteilen. Entscheiden können das wirklich auch die Verantwortlichen, die das tagtäglich beobachten und die auch vielleicht, was Jana sagt, zwischen männlicher Spannung, zwischen Spielern und Trainern. Trainer wahrnehmen, die andere Probleme erkennen, die wir nicht sehen. Deswegen sind ja die Verantwortlichen auch da, um da Entscheidungen zu treffen. Wir beurteilen das dann immer nach Ergebnissen und das wird sich dann zeigen, ob es richtig oder falsch ist. Im Endeffekt, wie gesagt, hat er vor nicht zu langer Zeit viel Erfolg gehabt, hat sie ja auch wieder nach oben geführt. Dass das dann nach fünf Spielen auch einmal alles wieder schlecht sein soll, kann man auch in Frage stellen. Aber wie gesagt, das endgültig entscheiden können nur diejenigen, die das tagtäglich beobachten. Ich würde eine steile These jetzt mal hier aufstellen. Ich glaube, dass Oliver Minzlaff so ein bisschen mit der Entscheidung schon länger im Kopf gespielt hat, weil er hat ja auch dann bei der Verpflichtung von Marco Rose gesagt, dass der Kontakt schon mal da war. Dann damals dann die Entscheidung, zu Dortmund zu gehen oder er war dann damals in Dortmund. Vielleicht war das jetzt dann auch, dass er gesehen hat, jetzt ist die Möglichkeit da, diesen Trainer zu bekommen. Und er hat die Entscheidung dann oder die Gelegenheit beim Schopfe gegriffen, hat gesagt, so pass auf, jetzt lasse ich ihn mir diesmal nicht entgehen. Weil wer weiß, in einem halben Jahr hätte Marco Rose vielleicht auch schon wieder einen neuen Job haben können. In Wolfsburg oder so. Und deswegen... Nächste steile These. Nächste steile These. Ich mache aber mit. Meine steile These ist, der Tedesco-Pokalsieg mit Leipzig war so ein kleiner Ausrutscher. Weil ich hatte das Gefühl, dass er vielleicht erstmal nur so als Interims-Notlösung für die Saison geplant war. Und dann war halt irgendwann der Punkt, gut, der hat uns jetzt in die Champions League geführt, der hat den Pokal gewonnen. Eigentlich haben wir da schon eine andere Idee. Aber kannst du den jetzt auch nicht rausschmeißen. Geht ihr da mit oder sagt ihr, nee, komm Simon, zu weit an den Haaren herbeigezogen? Ja, also ich glaube, wie gesagt, wenn du die Champions League erreichst, wenn du den Pokal gewinnst, dann solltest du schon ein bisschen Zeit eingeräumt kriegen. Also ich glaube, wie Felix auch gerade gesagt hat, nach so kurzer Zeit dann schon zu sagen, okay, das klappt nicht mehr, wir trennen uns. Zeigt aber auch irgendwie die Panik, glaube ich, dass sie in Leipzig das Gefühl haben, sie müssen ganz oben angreifen. Sie sind schon so weit, dass sie sagen können, wir wollen die Bayern angreifen, wir müssen Champions League spielen. Den Anspruch haben sie, den haben sie sportlich entwickelt. Chapeau. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch nicht so schlecht zu sehen, wenn die auch mal nicht ganz oben sind als Traditionalisten. Lass uns noch kurz über Eberl reden. Da gab es natürlich auch mit der ganzen Burnout-Geschichte jetzt Diskussionen. Könnt ihr da den Unmut der Fans auch nachvollziehen? Absolut, absolut. Also ich glaube, wenn du mit Max Eberl, da muss man ja ganz weit ausholen, der war Spieler in Mönchengladbach, Jugendleiter, sportlicher Leiter, war über 20 Jahre im Verein, wenn ich mich jetzt nicht täusche, insgesamt. Das ist eine richtige Vereinsikone gewesen. Das war eine Legende. Also Max Eberl war Mr. Borussia Mönchengladbach, so muss man das ja wirklich klar sagen. Was der aus dem Verein gemacht hat, über die Jahre oder wieder gemacht hat, war unglaublich. Das ist gar nicht hoch genug zu bewerten. Und ein ziemlich cooler Typ, ehrlich gesagt. Wenn man ihn mal getroffen hat, mit ihm gesprochen hat, der ist echt ziemlich lässig. Und dass man dann enttäuscht ist als Fan und sagt, wie kann denn jetzt dieser Macher unseres Vereins, dieser Sympathieträger, plötzlich zu RB Leipzig gehen, zum Konstrukt. Was er ja auch selber kritisiert hat vorher, ne? Genau, was er selber noch kritisiert hat. Und ja, da ist dann wieder das, was man vorher sagt, fällt einem dann auch schnell mal auf die Füße. Und in dem Fall, ich kann jeden Fan verstehen, der sagt, ich finde das absolut unromantisch. So hat Chris Kramer das, glaube ich, auch im Interview nach dem Spiel jetzt neulich genannt, dass Max Eberl da hingeht. Sportlich gesehen, andere Kiste. Sportlich mit Sicherheit eine tolle Herausforderung, eine spannende Mannschaft, perfektes Umfeld zum Arbeiten. Jeder, der bei RB Leipzig mal irgendwie gearbeitet hat, erzählt immer, Wahnsinn, was man da alles machen kann. Welche Trainingsmöglichkeiten man hat, ist unglaublich. Sportliche Sicht, alles gut. Fußball romantische Sicht, absolute Katastrophe. Ja. Vielen Dank.